Ich weiß nicht warum, aber ich hatte heute irgendwie Bock darauf, das hier nochmal zu versuchen. Da dachte ich, wir stümmern da nochmal rein. Das ist ein Kracher. Das ist auch so ein Kracher. Ihr wisst ja, ich habe das erste Level noch nie durchgespielt. Gleich für das Try. Rot. Oh, wie war das nochmal? Oh, lass doch was sein. Ah. Stell auf. Aua, nein. Panete frei. Kann man nicht hier raus oder? Ah, das geht auch. Ah, du Scheiße. Geht das? Gleich von weiter weg. Ja. Das. Ah, das ist es. Ja. Ja. Das erste Level muss ich einmal irgendwann schaffen. Ich muss es einmal schaffen. Ich habe mich an das Spiel nie richtig angetraut. Äh, wie soll man das denn treffen? Lass mich das tun. Was? Braucht halt jeden Jackpot gefühlt. Was? Nein. Picks. Ah. Alles gut. Äh. Hört den Schuh aus. Oh, nein. Das ist jetzt so schwer einzuschätzen hier. War nicht da rauf? Im Sprung. Gut. Nein. Oh, nein. Oh, nein. Wenn ich gedrückt halte Letters, dann springe ich länger, oder? Gut. Ja, ich glaube schon. Ah. Oh, Pfeifit. Ah. Das habe ich noch nie gesehen. Ja, fick dich halt ins Knie, du. Ja. Das ist das. Und das hier, was ich jetzt hier gerade mache, ist ja eigentlich das Einfache. Das ist ja eigentlich das ganz Entspannte. Das hier ist ja eigentlich ohne Probleme. Der richtige Kampf kommt erst am Ende mit diesen Steinen, die so wippen. Ja. Nein. Ja. Wah. Bitte. Ich schwöre, das Spiel ist geriggt. Im Leben fliegt er da nicht so normal. Nur um mich abzufacken. Der Sohn. So ein geriggtes Dreckspiel. Quatsch, Digga. Was? Ja. Dir auch. Vielen Dank. Aber jetzt weiß ich, wie ich den ersten Checkpoint hole. Das schmeckt mal ganz gut. Kannst du da so Respekt aus, Profi, du Bastard tun. Das hier ist so schwer einzuschätzen. Das hier ist so schwer einzuschätzen. Guter Rumbus jetzt. Zack. Hä? Wie kann das nicht treffen? Lächerlich. Kann ich von hier auf das Rohr raufrollen, Chat? Irgendwas war hier. Irgendwas war hier. Ich kann hier irgendwas machen. Oh mein Gott. Ah ne, ich glaube, ich muss W lange drückt halten, um lange zu springen. Und dann mit S springe ich dann nicht mehr so. Ja, ja, genau. Ich glaube, hier kann ich. Ah! Wie geht ihr? Oh Mann. Aber wann wird denn diese Bombe eben ausgelöst? Nein, das war dumm. Nein. Macher. Warte mal eben. Warum sollte das nicht gehen? Mit der Rolle, oder? Nein. Ja. Ah! Ach. Ich brauche diesen ersten Checkpoint für das Feeling. Sage ich. Für die Confidence. Für das Selbstbewusstsein brauche ich das. Sonst kracht's. Ja, hier haben wir. Hier müssen wir. Hä? Du bist ein Bastardhuhn. Kommst in die Pfanne, du Bastard. Wenn ich weiter rechts aufkomme, fliege ich nicht ins Wasser, glaube ich. Oder? Ich glaube, es geht. Nicht hier bitte einfach springen. Du. Sohn. Ich kann einfach nachdenken. Ich kann es versuchen. Einfach nachzudenken. Eine meiner großen Stärken im Leben. Kappi, Schnappi. Das ist die Lüge 2023, glaube ich. Ja. Du nutzloses Bastardhuhn. So ein wertloses Muggelblut. Ah, ich bin der Wirt. Ich bin der Wirt. Die Musik ist nicht besser. Die Musik ist keinen Meter besser. Ja, die ist sogar noch viel schlimmer. Und die ist sogar noch viel schlimmer, die Musik. Manege frei. Zack, haben wir. Digga, ich schwöre, das Huhn ist so ein Bastard, ne? Okay, okay, ja. Das ist ja lästig. Das ist so lästig, alles wieder machen zu müssen. Ich glaube, diesen Dreckswurf war so lange gedauert. Und das hier, auch dieses Warten. Und das hier, auch 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 das sieht verwirrtet aus. Wenn ich da rechts andocke, wenn ich so... Du Hure! Geht das? Ja! Aber warte, hier muss ich warten. Aha! Macher! Oh, ich brauche dich, bitte! Ah, Mann! Ich glaube, hier kann ich... Ich glaube, da kann ich... Nee! Warte, ich glaube, da kann ich rüber mit der Rolle. Oder? Bitte! Du bist das! Mann, ich brauche da den Checkpoint. Da geht es mir richtig gut. Haha! Ich bin so ein Macher. Aber das geht! Ich... Das geht auf jeden Fall. Oh, warte. Warte. Ich brauche dich. Ich brauche dich! Hey, Steiny! Nein, Steiny! Das habe ich nie gesehen bei den anderen, dass die das so machen wie ich hier. Habe ich nie gesehen. Ich peile das da oben an. Aber auf Mast-Schummel-Basis komme ich hier runter. So! Ach, Dicker! Ich kann da rauf, die Treppe. Ich glaube, ich kann da rauf. Brett daneben. Das Brett daneben. Angst, Potter. Komm weiter! Stinker! Nein! Ja! Nein! Ach, Dicker! Ah, Macher! Sag ich! Aber es ist... Das bringt nichts. Das bringt nichts. Und diese scheiß Brücke mit dem Mast-Schwein kommt auch noch. Und dann diese böse Mauer. So, gib mir diesen Checkpoint. Gib ihn mir. Warum fliegst du so... Legst du so ein Huhn! Nein! Bitte tu es nicht! Habst du das Bastard-Potzen-Spiel? Sag ich, ich hab eine Hose entwickelt. Vielleicht sollte es so sein, dass ich jetzt den Checkpoint hole. Haben wir? Sollten wir? Nein, nein, nein! Du Bastard! Bastard! Ach, so. Erst geschaffen wir uns jetzt. Ja, du Bastard. Ja, weil du immer nach links fliegst! Nein! 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 Ich darf nicht zu hoch feuern. Warte. Tu es nicht! Ich kann das... Ja, sag ich! Nein! Bitte! Macher! Kein! Lacher! Nein! Bitte tu es nicht! Nein, lass hier nicht! Digga, sag jetzt! Bastard, du! Du von... Ach, du bist ein... Und so ein... Muss ich jetzt machen? Neustarten? Aber ich mach einen Checkpoint wenigstens. Okay. Ich bin noch hier. Ja, wichtig. Und es kommen keine Bomben mehr. Cool. Ja! Schön! Okay. Sag, bitte, bitte, bitte steh einfach. Bleib einfach stehen. Du bist ein Arschgef... ...dauchten Sohn. Vielen Dank. Ich bin noch nie. Bis bald.